also sechs, äh sieben ich hab ne AK freigeschaltet, das ist doch schön ok aufs Boot das stärkt nicht verstehst nicht, du brauchst das sicher hier danke nicht schlecht also ich würd sagen, einer nimmt die rechte Seite einer bewacht das Boot und einer geht auf die linke Seite, oder? ich bewacht das Boot ja, genau so hab ich mir gedacht in der Hütte, bitte die einfach nicht oh, ich bin ins Wasser, ja man kann schwimmen, das ist toll kommst du da irgendwie raus? ja ich kann mir keine Waffe auswählen wieso kann man das mit ner Waffe schwimmen? witzig so, ich bin wieder draußen ah, wir müssen die Booster-Spitzen aufheben ja, oh, wirklich auch, sehr schön mach kein Scheiß an, komm her na los, drücke E, drücke E drücke E drücke E drücke E drücke E drücke E na gut, dann ist da kein Druckmaß ehrlich dann bald sie erheben guck mal her, Wölfchen im Krieg gibt es keine ich will nicht, dass du mir eine Spritzen in den Album hast nein, nicht in Rahr, ähm ganz so, er drückt mal E drücke E drückt halten ne, geht nicht ne, geht nicht, ok weil ich noch geboost bin, weil es wahrscheinlich schade ähm also was, ich hab nicht zugehört was müssen wir machen? die Booster-Spitzen aufheben, aber wir haben alle aufgehoben ja, ich weiß auch nicht ich muss hier auch welche haben nein, hier, oh, hier, da sind noch welche ja, welche, ich muss ja auch aufheben, aufm Tisch und jetzt wird die Klinik, ja, so, da war da gar keiner so, drück mal wieder zum Laufen vier drücken Werkzeug aus, bist du mit ja, mach Robert gerade so, du, Robert, macht schon, du sollst sich das Boot anbrennen doch, Robert ja, bewache das Boot ok, ich bleib beim Boot äh, ich bin aufm Boot Daneben ist, äh, ist einer auch noch hinter der Mauer wallhack headshot durchs Land boah, meine, meine ist das Silence, das ist ja voll cool würd nicht so reinrennen weil dann kommt zum Schiff die ganze Spieler nicht die auch von der anderen Seite, ne also vorm Wasser kommen noch weg so, ich hab einen Visier so, erst weg ich hab die ganze Zeit nur als Süß das ist auch schon mal was das ist auch schon mal was ich hab einen Visier darf neben dir so einer ok ok ok, jetzt von rechter Seite so, ich lad mal kurz nach Halt die Fresse so einer stand da, kämpft in der Ecke zwei Schlüsse Halt die Fresse ich weiß nicht was der tut Munition endlich, ah, schön und nach ich hab einen Visier Treffer Jo, ich weiß Jo, ich weiß ich hab mir nichts zu tun doch, Brotwachen ja, aber mit hab ich nichts zu tun Achtung, da jetzt auf dem Schiff hinter dir mach ich ich könnte auch, aber ja Kopfschuss sehr schön ab den anderen sehr gut ich hab sie ja, ich hab sie ein Verhalten ja, ich hab sie das war das Boot ja, ich hab sie wieso, Herr Paris du, dafür ist welchen Zustand ok, ok, chill ok, chill die Frauen müssen ich helfe ich die ganze Zeit hier ja, sie töten die Frauen können auch mehr machen ja, kochen ah, hier ist kein Herd Kopfschuss ich brauch faulheitlich zu sein sonst geb ich die gleich ja, ja, komm komm doch, komm doch komm doch nee, nimm den da hinten wie kann ich das denn ganz offen leck mich ich möchte lecken nicht sterben ok ok oh, ok oh, ist das einer Jo, das ist sehr schön haben wir geschafft äh, gibt's denn eine Nähe Muni? äh, 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 stimmt das war ja wie gestern stehen hier gestern wundern uns, warum fährt das Brot weg, ich dachte wir sollen da jetzt mitkommen ne, 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 ne was ist das für eine Waffe? da lag grad mal Waffe oh, ne bleib bei dir ey, warte, renne nicht vor warte, bei uns stimmt, ich brauchte Munition hehehe wo's Munition da hinten im Haus hier kann man durch die Fenster klettert haben ist so gut ne, glaube nicht ich glaub ich musste mich betrachten mal bei den Optionen das Schleichen auf der Steuerung umlegen ja, muss ich auch jemand Kopfschuss ich hab dich übrigens äh, neben dir war einer, ne hätte dich richtig schön abschießen können später wird das richtig lustig oh ja, ähm Bulldozer kannst du? bist du da? sehr gut Achtung, Sniper hat jemand einen Sniper? ey, der Arsch ist am anderen Ufer ey, der Arsch ist am anderen Ufer Sniper zurück irgendwas hab ich gerade freigeschaltet oder irgendwie Tagesnerausforderung keine Ahnung yo ich seh niemanden noch ein Sniper, noch ein Sniper yo ich mach ihn das ist der andere danke, ich hab den Sniper weg mit dem Fluss ist mir egal schwing jetzt deinen Arsch da rüber nein, ich schwing jetzt deinen Arsch da rüber ich hab Zeit 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 wieso ist hier eine Hand du kannst das Fluss anmachen Langstrecke anmachen Kopfschuss da drüben, da drüben, da drüben tschüss tschau müssen wir sonst schwimmen? jo wir schwimmen wir schwimmen wir schwimmen schneller das Problem ist nur beim Flussfahren kann man schießen wenn ich ja, geil ich werde kurz auf Tochter zu gehen ja, ihr seid einfach zu schnell rüber das macht die gerade alle macht das? ich bin am schwimmen sehr schön oder man gibt einen schwimmenden Deckung Gegeneinsicht ich kann mich hier hoch Alter Alter, Müll du kannst mich nicht hoch du kannst Luca wiederbeleben ja, ich bin fast da, aber du musst mir den Rücken der König geben ja kannst du da hoch? ich weiß nicht da sind ganz schön viele hatte die Renten rum keine Ahnung keine Ahnung keine Ahnung nein und die muss nur eh drücken bei mir was, Alter? wo ist noch wieder denn her? Alter, sie können auch so rumlaufen ja die schwimmen auch rüber ich wurde grad voll ungenatzt der hat mich ins Wasser gehauen alter jetzt pack ich mich danke mir geht es aber auch nicht mehr so arg gut, ne? wie durch das ist das jetzt? oh, der Tee ich komme rüber noch nichts geht ja noch nicht erst wenn es angezeigt wird total ding ich habe Tee gedrückt oh Gott von wo, von wo, von wo von wo die deckt mich schlimmer ach ach rechts hier mir geht es mega schlecht es geht ja mal ok ja drück mal T T T T T T T T du kleiner gerne Pass auf das sind richtig viele so Typ amlmg ist weg da vorne 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 Achtung EAG Achtung einer bemeint das vonmg bemeint die ganze Zeit ich hab keine Munition mehr recht tschulden ich verschleicht mich zu den schwasstdie die Arschen ich hab auch, ich hab keine Monie muss ich wohl meine Pistole nehmen Achtung, bei laufender Irrer du kommst dir nicht lebt raus nachladen äh, wo ist denn, da ist Monie so ich hab einen Visier das ist ja mein XP so, wo ist die Muition hier drüben, hier drüben äh, hier ja, ich hab's gesehen also, man hilft so richtig Krug warte, ich möchte kurz umstellen oh, jetzt wird witzig oh, ja ja kann man das nicht machen lauf mir wieder meine Bombe oder was ok, muss ich später nochmal gucken wenn man die E-Steuerung nicht einzeln umstehen kann, sie dann wird das halt blöd jetzt wollen wir sowieso das Beste ich bin bereit die Haufen muss gesprengt werden oder wir ja nimmst ne Bombe und platziert sie und wagt es nicht mich anzubummen und wagt es nicht mich anzubummen ich anzubummen ich anzubummen ich anzubummen was muss ich jetzt machen dich nicht anbummen lassen ach so, ich muss ich fahren und die ganzen Bomben einsammeln ähh mach ich das? wie hast du? ne, ja wie hast du? die Bomben sind dann automatisch Robert, du fährst mich jetzt aber nicht wieder ich weiß es noch nicht, vielleicht alter welcher Gewalt jahuuu genau, und das ist meine Bombe 1 1 die Störung ist ja mega kacke was ist sie jetzt dann? der Mann und die Bomben müssen das sein? 4 oder? nein, Bäubchen, nein alter oh, du hast meine Bombe geklaut, du Arsch lehnt die Licht auf dem Boden alter, ich kann die nicht einsammeln na toll warte, ich helf dir hab sie alter was ist der Lenkradius von diesem Testteil ist ja mega kacke ja, los, 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 los ja, ich bin so mega gut oi ähh waren das jetzt alle, oder? oh oh scheiße, ich fand die Bombe ich fand die Bombe ich fand die Bombe ja bitte meine Bombe tschüss Hölfchen, meine Bombe oh, hörst du Arsch ja bombe gewinnst du bitte na war ich besser war na Arsch ja ich kann nur richtige Autospiele spielen nicht so was das geht nicht stimmt da die das jetzt weg springen müsste das Geräusch von oben eigentlich nachrücken nein, sollte müsste nicht das ist logisch doch, musste es nein doch das ist fest stimmt das Spiel ist ja auch nicht logisch ähm, ja ich war eigentlich ganz zufrieden mit dem was ich hatte ja, ich auch ja, ich auch ja, geil, du machst immer die Sniper weg und wir machen den Rest genau aber mit Schalldämpfer ist echt cool beziehungsweise das ist ja eigentlich meistens gar kein Schalldämpfer Kannst du mal bereit sein, bitte? doch, das, was du hast, ist ein Schalldämpfer, ja ja, aber die meisten Spieler kein Schalldämpfer, sondern nur so ein Ding, wo Mündungsdämpfer Mündungsfeuer ich weiß nicht, keine Ahnung Mündungsfeuerdämpfer heißt das Mündungsfeuerdämpfer Mündungsfeuer 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 Bier Folge den Reifenspur des Captains Folge den Reifenspur ok, auch nicht schon Auto wo, nicht schon Autos Na jox, also ich würde ich das Kratz was sie hier vorschlagen, die wir vorgehen aber auch ich würde es natürlich auch verdammt, der Weg doch sagt ich habe einen Visier die ich habe die mitten in der Arte